Liebe Freunde, ich freue mich, euch mein neues Buch Hellsehen vorstellen zu dürfen. Dieses wurde im Frühling 2015 mit dem Verlag Lebensraum in Österreich veröffentlicht. Das Buch ist ein sehr spannendes Handbuch mit vielen Meditationen, vielen Übungen, um das dritte Auge zu öffnen, um eigene Medialität entwickeln zu können. Zum Beispiel anhand von schönen Bildern könnt ihr sehen, wie die einzelnen Chakras dargelegt sind. Es werden viele Meditationen weitergegeben, es werden Meditationen erklärt, auch um die Kanäle Channeling zu öffnen, die euch helfen werden, mit der geistigen Welt in Kontakt zu treten und euer Höheres Selbst viel besser, intensiver und bewusster spüren zu können. Das Buch ist wunderbar für all jene von euch, die lernen möchten, woher sie kommen, was die verborgenen Talente sind und natürlich auch für jene von euch, die diese Talente bereits in sich spüren, aber vielleicht noch nicht so ganz wahrnehmen, wie sie diese am besten ausdrücken können. Das Buch ist wunderbar, eignet sich für all jene von euch, die, wie schon erwähnt, das eigene Wesen besser kennenlernen möchten, die eigenen Talente besser spüren, wissen möchten, wieso ihr hier seid und was ihr mit dem, was euch gegeben wurde, anfangen könnt und dürft. Und natürlich würde ich mich auch sehr freuen, den einen oder anderen von euch an einem meiner Vorträge oder Seminare begrüßen zu dürfen. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit und viele spannende Momente mit meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal.